hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge der herr der ringe schlacht und mittelerde wir waren letztes mal bei an orien gelandet und sind jetzt wieder eine riesigen auswahl an digga was kann ich denn alles auswählen hier rum ich kann ja alles machen es ist krank ich würde sagen wir klappen jetzt erstmal die ganzen dinge hier ab das heißt machen der dunhawk fangon halifirien und sonst was ich glaubt es ja ich kann jetzt schwarz tun durch eingriff also wir müssen noch ein paar levels machen auf jeden fall würde sagen wir fangen mit dunhawk an und arbeiten uns dann voran in der festung von dunhawk findet in kriegszeiten die herrscher rohans statt ok stimmt wenn ihr neu auf dem kanal seid dann oha oha ok wenn ihr neu auf dem kanal seid dann lasst doch gerne ein abonnement da oder ein like oder ein kommentar je nachdem was ihr wollt das wäre natürlich sehr nett und es würde mir sehr viel bedeuten aber ansonsten entscheidet einfach den part und let's go jetzt erstmal gucken was haben wir alle lage des bösen wir haben ankunft isengard was komisch ist aber wir haben isengard zerstört also ich glaube man ich habe das so ein bisserl gerasch kann das sein kann es sein dass ich hemsklau und so ein bisserl zu früh gemacht habe aber kann man das zu früh machen eigentlich weil das hat sich für mich so angefühlt dazu das halt nicht so früh sein sondern normal ist wie es so ist nach spuren das heißt müssen so ein bisserl aufpassen ich weiß jetzt nicht was kommt halt und helft ahnung sie sind hier sucht nach spuren dass sein vor posten ist fertig ist in welcher maps im hier keine ahnung wo ich mit mir sind so bei uns aber ist schon mal ein vor posten auf wenn wir das geld haben diese wege werden sicher bleiben geht da jetzt nicht lang spuren die map ist ganz weird irgendwie keine ahnung so verkantet und alles seid vorsichtig ist da weiter haltet ihr wachen da geht es auch nicht weiter so ja da kommt isengard wir werden angegriffen so hier geht man daran die kommen hier an okay jetzt müssen wir das ich glaube ein bisserl serious nehmen nehmen warum man schießt dann wir brauchen mal eine schmiede direkt und ich habe es anders bauen wir nicht ich glaube wir müssen es echt ein wir dürfen uns nicht unterschätzen 45 sekunden kommt isengard an das heißt neuer schießstand ist bereit könnte ich etwas schenken haben hat nicht für die ehre gondors okay wir haben jetzt gut gehäfte wir haben jetzt gut rohstoffe können wir nicht bauen jetzt die frage tummert die unsere truppen erstmal rein auf die mauern stellen oder was machen wir wir werden diese schützen unsere freunde warten hinter die mauer sie brauchen und die menschen brauchen uns wir müssen sie aufhalten wir gehen erst mal rein weil ich keine ahnung was jetzt passiert ruhig jetzt weiter weiter seid wachsam männer hier lang kommt rein jungs kommt rein lauf junge holy shit wie viel ist das komm rein junge hobbit nicht stehen bleiben reinkommen los hobbit hobbit los gefacher mir legolas bereiten wir uns auf diesen machen wir einen spaziergang wir müssen sie aufhalten im moment ist der feind fern der freundjar guhr das war ich jetzt zerstöre alle lage des bösen wir kommen müssen sie aufhalten geht mal darunter jetzt wieder wir bauen hier unsere befestigung auf dann ist sie auf jeden fall die findet so und dann nehmen wir alle unsere truppen und gehen mal dahin und holen uns mal den vor posten wir werden sicher bleiben ich weiß es war greiter und sie können halt meine bogung schützen übelst hat nehmen wir haben die ame der toten das ist okay aber müssen sie aufhalten sie nicht unterschätzen ich weiß noch nicht wo die sind jetzt da sind paar waagreiter rohstoffe ist immer gut wir müssen wachsam sein kommen nicht hinterher trödel dieses land schützen haltet ihr wach seid vorsichtig das gehört ist was der feind ist unter uns männer wir gehen dahin jetzt das passt schon ja ja die mama fertig alles gut wir kommen zu spät sie haben das gebiet bereits besetzt schnell jetzt ok nun vor posten leise schnell jetzt ohne waagreiter ich bin echt viel auf vage hier ist alles cool lasst keinen entkommen so ok er ist noch vor posten beseideckt wir haben die schmiede verbessert wir haben die schmiede verbessert wir haben nicht gerne so eine vor posten auf wir müssen wachsam sein zum zum gehöft und dann noch mal gehöft ja ich muss jetzt gleich niesen ein bierchen recht jetzt kommen erst mal da lang jetzt mal warum wurde das aufgedeckt warum reiten die alle weg die ganze zeit ist aber noch alles im grünen bereich ist alles noch im grünen bereich aber 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 die tun uns nicht töten nicht man schon das ist sehr gut ich glaube aus mir wird noch mal was auch die kaputt so ich meine es ist ich finde es jetzt so ein bisserl name weil es hat man eigentlich schon so was man sowas auf screen zocken glaube ich weil kann und du weinst es halt mit deiner armee durch die du sowieso jetzt schon über die mission ausgebildet hast und die großen schlachten hast hat schon gemacht weil mir das tier war schon helms klamm war schon das war jetzt echt einfach nur 1 gegen 1 mission gegen die normale k also gut weiß jetzt auch nicht so ob ich das wie ich das finden soll ich versuche das ganze mal zu beschleunigen indem ich mal ein paar reiter hier mache und dann einfach hier durch lauf mal einfach mal guck wo es sind im ersten spaerträger die wirklich nicht jetzt gucke ich einfach mal wo welches sind wo was ist und ein bisschen aufdeckungsarbeit leistet ist eine feste männer hocks männer geiler betrifft für orks einfach reitet aus reitet aus reitet aus brechen wir auf gut aber was sonst ist nirgendwo was die reite die können ja echt gut für sowas gebrauchen ja 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 mutig voranges wir haben sie es war's oder was es neu was nicht hat die trentnes schon mal gezockt aus zu sehen mal in der fälfte es ist ein weg die haben mich noch nicht wütend erlebt wir sind krieger des hauenlandes das war die basis auf jeden fall das upgrade hier schnell passen und ohne das gehört das gehört ist fertig und so ein bisschen beschleunigt werden dieses land schützen das gehört ist sie sind hier kommen hier rein da ja wir haben es nicht pippen ist so hart gelevelt 10 einfach ach fahre mir auch legos noch nicht das komische das fahrer mir aber legos nicht weil fahrer mir ist doch viel später in das game gekommen oder als legulas ich meine eigentlich muss doch legulas voll krass gelevelt sein naja bezweifle ich weiß echt es ist halt echt nur auf aufräume arbeit ich glaube ich hätte es viel früher machen können und dann hätte ich ja vor mir das hier die ganzen bonus gehabt aber ja ja wenn wir hier moria legulas moria und fahrer mir bei nord itilien und der ist einfach zwei stunden einiger als ob dunhark verteidigt ich weiß auch gar nicht ich meine ich könnte es jetzt ich glaube ich lasse hoch ja komm es kann nicht schaden ihr könnt ihr dann vorspringen wenn ihr das display nachschaut zum schwarzen tor ich werde trotzdem hochladen weil zur vollständigkeit halber bei eigentlich ist jetzt nicht so interessant wir machen einfach nur eins gegen eins gegen die morder einfach gut aber ja so ist es halt wenn es euch gefallen hat dann lasst gerne ein leichter abonniert würde mich sehr freuen aber ansonsten sehen wir uns beim nächsten mal ich wünsche euch einen schönen tag und dann bis dann